Wenn aus SMART genial wird, wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird, dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Businesswelt. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich habe mir gedacht, ich muss euch unbedingt was erzählen. Kennt ihr das? Kennst du das, wenn du irgendwie eine geile Idee hast, du musst irgendjemandem davon erzählen, völlig egal, was diese Person dazu zu sagen hat, völlig egal, ob die Person gerade Zeit hat. Jetzt ist einfach wichtig, dass das raus muss. Und genau so eine Podcast-Folge machen wir jetzt. Es geht um das Thema Krise. Immer wieder unterhalte ich mich mit Menschen, die sagen, oh, was ist das jetzt nur gerade für eine Zeit? Mein Business läuft jetzt nicht so ganz entspannt. Es ist wahnsinnig mühsam mit dieser ganzen Pandemie. Und wenn du dann noch Kinder hast zum Beispiel, wir haben ja auch fünf Kinder, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Hat der eine Corona, dann ist die ganze Familie in Quarantäne. Ist der eine fertig mit Corona, kommt der nächste dran, auch wieder Quarantäne und so weiter und so fort. All das gehört dazu. Und das ist das Thema, was ich heute mit euch besprechen möchte. Also quasi so ein kleiner Motivations-Podcast. Stellt euch Folgendes vor. Stellt euch vor, ihr seid im Gebirge und ihr habt so den ersten Berg erklommen. Und ihr guckt euch so in der Weite um und seht, oh krass, da drüben ist ja noch ein größerer Berg. Jetzt ist die große Frage, wie kommst du auf den Berg, der noch höher ist als der, auf dem du gerade stehst? Und das ist das Bild, was ich dir jetzt gerne mitgeben möchte. Die Antwort ist nämlich super einfach. Du musst erstmal von dem Berg wieder absteigen, auf dem du stehst, um auf den neuen, höheren Berg zu kommen. Das heißt, das nächste Level auf deiner Persönlichkeitsentwicklungsebene oder auch in deinem Business heißt immer, du musst von diesem verdammten Berg wieder runtersteigen. Du musst wieder durch das Tal der Tränen durch. Und dieses Tal der Tränen ist halt gerade im Moment echt heftig. Ich meine, wann hast du schon mal so einen Abstieg von so einem Berg, wo du mitten durch eine Pandemie durch musst in diesem Tal? Der Wahnsinn. Wann ist das irgendjemandem von uns, der das jetzt hier hört, schon mal passiert? Gar keinem. Und das möchte ich dir gerne so mit auf den Weg geben, jetzt hier heute mit dieser Podcast-Folge, dass du einfach den Mut hast, durch dieses Tal durchzugehen. Das ist der einzige Auftrag, den du jetzt hast. Überleg dir noch nicht, wie beschwerlich vielleicht der Aufstieg ist auf den nächsthöheren Berg. Umdrehen ist auch keine Option, sondern du hast jetzt erstmal nur die Aufgabe, durch dieses Tal durchzugehen. Und das ist ganz wichtig. Und in diesem Tal wird eine ganze Menge passieren. Deswegen heißt es ja auch Tal der Tränen. Und zu viele, zu viele da draußen drehen sich um und gehen in die andere Richtung. Und das ist der Fehler. Du musst durchbeißen. Du musst durch dieses Tal durchgehen. Eine Geschichte, eine kleine Story von mir. Meine Gründergeschichte 2007. Ich komme aus einem super Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Ich war damals in der Agentur beschäftigt. Ich habe mein Geld verdient. Ich habe sehr gut verdient. Und mache mich selbstständig in einer Zeit der Weltwirtschaftsfinanzkrise. 2007, 2008, könnt ihr euch vielleicht erinnern, Vollkatastrophe. Kein Mensch gründet da eine Gesellschaft. Kein Mensch. Die warten dann meistens ab und sagen, hey, meine Arbeitsstelle ist jetzt safe. Dann warte ich lieber noch ein bisschen. Aber ich habe das damals gewagt, weil ich einfach so fest davon überzeugt war. Und ich habe auch gewusst, dass es anstrengend war. Es gibt viele Nachtschichten und so weiter. Und viele von euch, die vielleicht jetzt gerade so in der Gründungsphase drin sind, die sind vielleicht an einer ähnlichen Situation. Haben vielleicht parallel noch ein Kind bekommen. Kann ja auch passieren. Da steckt ja keiner drin. So, also das heißt, diese ganzen Umstände, die dir passieren, die dir schicksalhaft zufallen, die gehören einfach zu diesem Tal dazu. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wie ich schon gesagt habe, Umdrehen und Gehen. Ja, also all das, was vor dir kommt, auszublenden und zu sagen, das will ich nicht und wieder zurückzugehen. Aus meiner Sicht keine gute Option, weil was erwartet dich dort? Ja, Fragezeichen. Oder du gehst einfach durch und sagst, alles, was jetzt mir begegnet in diesem Tal, das nehme ich einfach an, weil ich darauf vertraue, dass sich mir Lösungen ereignen werden. Ja, es werden Lösungen zu mir kommen und zu mir finden, die ich brauche, um diese einzelnen Probleme und Herausforderungen zu bewältigen. Und das ist der springende Punkt. Und dann wirst du merken, dass das immer noch dicht ist mit dem Nebel. Aber langsam geht der Anstieg los und langsam kletterst du wieder. Und irgendwann kommst du aus dieser Nebeldecke raus, drehst dich um und sagst dir, ey krass, da drüben ist der Berg, von dem ich komme. Und ich besteige jetzt gerade den Berg, der viel höher ist als der Berg, auf dem ich gerade noch stand. Und dieses Tal ist halt unter Umständen einfach bei jedem unterschiedlich tief oder breit oder beschwerlich. Es gibt Leute, die haben so ein ganz kurzes Tal der Tränen. Das gibt es natürlich auch. Es gibt verschiedene Hilfsmittel, wie zum Beispiel unsere Masterclasses in der Diense Alliance University, die dir dabei helfen, dass das Tal bei dir nicht ganz so tief sein muss. Aber wie auch immer, nimm es einfach an. Das ist die Botschaft. Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle auf unseren neuen Podcast-Sponsor New Lunch. Wenn du deinen Mitarbeitern etwas Gutes tun und vor allem auch für neue Fachkräfte attraktiver werden möchtest, dann schau dir unbedingt New Lunch an. Das Team um die Gründer Michelle Menden und Sven Köhler kümmert sich um subventionierte Mitarbeiterverpflegung durch steuerliche Essenszuschüsse. Das heißt, der manuelle Belegcheck und undurchsichtige steuerliche Vorgaben gehören damit der Vergangenheit an. Das Ganze funktioniert natürlich ganz smart über eine Mobile-App mit einem digitalen Marktplatz und kooperierenden Restaurants. Essenszuschüsse sind ohne Frage schon lange eine beliebte Möglichkeit, die Steuerlast sowohl für das Unternehmen selbst als auch für die Angestellten zu optimieren. Und das ist nun endlich von New Lunch bedingungslos digitalisiert worden. Also minimaler Aufwand und direkte Benefits für deine Mitarbeiter statt umständliche Rückerstattungsprozesse über die Gehaltsabrechnung. Tut mir einen Gefallen und schaut euch unbedingt diesen tollen Service von New Lunch an. Geht dazu ins Netz auf www.newlunch.de oder auf den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr bei eurer Kontaktaufnahme noch Genius Alliance erwähnt, bekommt ihr ganz sicher auch noch einen Special Deal. Ich habe es damals auch angenommen und mich hat das zu Höchstleistung in der Kreativität geführt. Und das, was mich so begeistert hat daran, das haben wir eigentlich jetzt auch vor der Pandemie schon festgestellt. Wenn wir uns mal so Deutschland angucken, super erfolgreiches Land, Exportweltmeister, unfassbar, aber auch unfassbar träge. Nehmen wir das Thema Digitalisierung. Wie gut ist denn unsere Digitalisierung ausgebaut, technisch, mit Netzen oder mit dem ganzen Thema Prozesse in Behörden zum Beispiel. Wieso ist es jetzt in und nach der Pandemie möglich, mein Auto übers Internet anzumelden? Crazy. Wieso ging das vorher nicht? Warum? Weil wir zu satt und zu behäbig sind. Das heißt, wenn du auf deinem Berg sitzt, dann kannst du natürlich sagen, ey, puh, das Tal, das gebe ich mir nicht. Das gebe ich mir nicht. Bin ja echt doof. Muss ich da absteigen? Der Witz ist, wenn du auf deinem Berg sitzen bleibst und sagst, nee, ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Berg. Das ist eigentlich ganz cool. Warum soll ich demnächst höheren erklimmen, wenn der, auf dem ich bin, gerade so gemütlich ist? Und das ist uns eben in Deutschland passiert zum Thema Digitalisierung. Warum sind wir abgehängt worden? Weil es so gemütlich war auf diesem Berg. Wir wollten unsere Komfortzone nicht verlassen. Wir wollten nicht explorieren. Wir wollten nicht innovieren. All das wollten wir nicht, weil es einfach alles gut funktioniert. Wir waren doch, seien wir mal ehrlich, wir haben doch einen Wohlstand erreicht, wenn wir das mal im weltweiten Vergleich anschauen. Mega. Warum soll ich was ändern? Erinnert ihr euch noch an die Podcast-Folge vor ein paar Tagen? Warum soll ich was ändern? Warum ich? Warum jetzt? Warum neu? Das sind genau die Fragen, die dich festhalten auf diesem einen Berg. Meine Intention ist, scheiß drauf, geh von dem Berg runter. Erklimm den nächsten Berg. Entwickle dich. Entwickle dich persönlich, entwickle dich beruflich. Und geh durch dieses Tal durch. Such dir Möglichkeiten, Mentoren, die dir dabei helfen, dass dieses Tal für dich nicht so tief und so elendschwer wie durch Schlammwarten sich anfühlt. Sondern, dass du da ganz elegant durchgehst und auf das nächste höhere Level kommst. Und diese Kreativität, die wir brauchen, ist extrem wichtig, weil die hält uns wach. Kreativität hält uns wach. Hält uns wach, neuen Ideen nachzuhängen. Hält uns wach, neue Ideen zu empfangen. Hält uns in einem State der Verwerter. Ja, also jemand sagt uns was und wir sagen, wow, cool. Ein befreundeter Unternehmer, der Michal, der sagt, hey, ich habe hier eine geile Idee und ich denke mir, wow, wie cool ist das denn? Ja, anstatt zu sagen, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Hm, da habe ich erstmal so meine Bedenken oder so. Nein, ja. Offen sein für neue Dinge. Offen sein für Kooperation. Offen für neue Ideen. Weil du musst offen sein, wenn du wachsen möchtest. Wir haben in der Vergangenheit schon zu viele Unternehmen gesehen, die gescheitert sind, weil sie nicht offen waren. Weil sie nicht die Frage, warum nicht, gestellt haben. Weil sie die ganze Zeit gefragt haben, warum, warum soll ich mit dir kooperieren? Warum soll ich mit dir zusammenarbeiten? Was habe ich denn davon? Also löse dich davon, nutze dieses Tal, wenn du da schon tief drin bist. Ja, hoffe ich, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge so ein Licht geben kann. Ja, so ein Orientierungslicht, das war das Wort, was mir gefehlt hat. Ein Orientierungslicht geben kann, dass du weißt, folge diesem Licht, folge dieser Motivation, damit du aus diesem Tal auf der richtigen Seite rauskommst. Ja, dreh nicht um, sondern geh da durch. Besorg dir Hilfe, sprich Leute an, dass die dir helfen, dass die dir zur Seite stehen, dass die dich motivieren. Hör gute Podcasts, hör coole Musik, tanz einfach, egal wie schwierig das gerade ist. Und das haben wir alle. Das haben wir alle. Wir müssen alle durch so ein Tal durch. Wie gesagt, das variiert immer in der Intensität, wie schwerwiegend ist so ein Tal. Aber wenn ich zum Beispiel mein Unternehmen auf das nächste Level bringen möchte, muss auch ich durch dieses Tal durch. Und wenn wir das nicht freiwillig machen, macht das ein anderer für uns. Wenn wir sagen, wir bleiben lieber auf unserem Berg, wir warten mal, bis diese Wirtschaftskrise oder diese Pandemie durch ist, bis Corona weg ist oder bis Digitalisierung weg ist. Es ist nicht mehr weg. Es ist einfach da. Es gehört dazu. Also geh da durch. Sonst wird ein anderer dafür sorgen, dass du von diesem Berg runterkommst. Nämlich dein Markt verändert sich. Wir haben das schon ganz oft besprochen mit dieser ganzen Umfeldveränderung. Warte nicht drauf. Geh los und geh vor allen Dingen da durch. Ich würde mich total freuen, wenn du mir deine Story einfach als Kommentar unter die Shownotes hängst. Einfach, wo bist du gerade? Bist du gerade auf dem Weg in das Tal? Bist du gerade mittendrin im Auge des Hurrikans? Oder bist du vielleicht schon auf dem Weg auf den nächsten Berg? Worauf freust du dich? Wie hast du es gemacht? Lass uns da einfach mal so ein paar Sachen austauschen. Und das hilft ganz sicher auch anderen in der Community jetzt Mut zu fassen, durchzugehen, zu lernen. Wie hast du das gemacht? Was waren deine Fails? Was waren deine glücklichen Erfolgsstrategien? Deine Muster und Systeme, die du verwendest, um solche Täler zu überwinden. Und ganz ehrlich, jeder, der hier zuhört, hat diese Täler. Lass uns darüber sprechen. Es ist ein Tabuthema. Darüber reden die wenigsten. Deswegen hier nochmal der Aufruf. Ab in die Kommentare. In der Jeans-Lions-University sind die Shownotes zu finden. Und dort tauschen wir uns aus, um voneinander zu lernen. In diesem Sinne, ich bin raus. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Untertitelung des ZDF, 2020